Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, weiter geht's mit der Quest Die Verspundene Karte. Und wir sollen jetzt die Karte, äh, die Tafel zum Gefehlshaber zurückgehen. In der letzten Folge hatten wir hier die Festung gecleared, außer der blöde Kopfgeldjäger ist da noch drin. Der ist aber noch zwei Level über mir, das heißt, wir müssen da noch ein bisschen warten, bis wir uns den schnappen. Aber der bekommt schon noch sein Feld, keine Angst. So, jetzt würde ich aber sagen... Gehen wir mal zum Gefehlshaber und bringen eben die Tafel zurück. Ich habe hier in der Zeit noch ein bisschen die Insel erkundet, habe noch ein paar kleine Lager gecleared. Und, jo. Haben wir gemacht. So, gut. Schauen wir doch mal. Wir müssen auch schon bald Stufe 9 sein. Vielleicht wollen wir die Quest abgeben. Schauen wir doch mal, was wir da bekommen. Und dann würde ich sagen, machen wir ein paar Fragezeichen. Schauen wir doch mal, was uns der erzählt hier. Hast du den Schuldigen ausfindig gemacht? Er wird dir keine Probleme mehr machen. Es war kein leichter Kampf. Aber ich besiegte ihn. Und er hat seine Taten mit seinem Blut bezahlt. Ja. Aber hast du die Tafel? Wollen wir sie liegen? Oh, äh. Ja. Natürlich. Gut. Ich will ja. Ich bin schuldige Karte. Minus 100 Startstärke. So. Und diese Bestiege aufgestiegen können. Wir müssen uns anlegen. Schauen wir doch mal, was wir anlegen können. Inventar. wir haben eh schon Stufe 8 Dinger gehabt hier okay so, Jägerschaden was haben wir denn hier, die haben wir schon oh, die sind Stufe 9, ja da können wir anlegen, sehr schön Legendaries sehr schön und wir können auch noch eine andere Kapuze anlegen das sieht nicht richtig viel anders aus, aber Bogenstufe 8 haben wir schon den 10er können wir leider noch nicht ich wurde eigentlich immer ein Schwert ich glaube, da komme ich besser klar mit dem hier hätten wir noch was aber die schweren Waffen will ich nicht lieber ein bisschen schneller unterwegs haben wir hier noch was mit zwei Fähigkeitspumpen ich würde gerne wenn es denn geht vielleicht mehr in Gift investieren das hier ah, kommen wir weiter in der Geschichte voran das dauert noch ein bisschen Scheiße die Effektivität um bis 25% erhöht dann machen wir doch das hier dann machen wir doch das hier dann machen wir nochmal jetzt haben wir ja kein Punkt mehr jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal das Gift erhöht ich will nicht schon auf so ein Giftbild gehen wenn es geht so und jetzt schauen wir mal was wir hier machen können das haben wir schon alles ich würde sagen wir gehen mal das ist wie ein Fragezeichen ich schau mal was da alles gibt ich vergesse ich immer ich habe das Gefühl dass hier Drachen und echt Mangelhabe sind wie viel es aber ausschaut mit Ostfag und Rätsel wird ein Schatz bündern ich schau mal da mal oh, ist das so ein 9 der Schatz wird hier irgendwo sein das ist Rätsel, da ist der Schatz ok 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 Abexisting! Ha! Ah! 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 Wir werden. Wir werden mal voll. Ah! 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 Die blöde Bauern? Was wollen die denn? Die fliegen aus. Prozent 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 ich wollte mich eigentlich noch schnell hochhalten aber hab sie mir geschafft naja jetzt war der schon down ich muss jetzt mal schauen ob ich die scheiß bauern wegkriege die nerven die bauern das würde ich nochmal machen mit meinem glück es dauert es muss ich jetzt noch mal machen hier wirklich noch mal machen Zeug ist aber ausgerüstet ist der noch mal da ist es zum kotzen ja Ich töte dich und deine Familie. Ja. Alter, was ist das da? Dirb doch endlich! Komm mal ab! Ah! Was macht die denn hier? Ich war doch vorher in der Festung. Oder? Ist es eine andere oder was? Ne, ist es keine andere. Okay. Ja, ich bin ein Mann. 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 Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Prozent Prozent der Kettischer wieder nicht Bitte, lass mich jetzt nicht wieder den Typen machen müssen. Ich hoffe mal, oh, bitte jetzt nicht wieder, ne. Wo ist denn der, der rennt? Hallo? Warum müsst ihr jetzt gerade da hochrennen? Ich bin jetzt wieder von der Schnauhe. Ich bin jetzt wieder von der Schnauhe. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Böse! Möse! Ich bin mal Spiken. Oh, urhalte Tafeln. Vier Stück. Jetzt kann ich langsam mal wieder hell werden hier, weil es immer so dunkel ist. Einmal das, einmal das und dann würde ich sagen, hier gehen wir noch nicht hin. Da warten wir noch ein bisschen. Ist hier denn überhaupt ein Aussichtspunkt? Habe hier noch gar keinen gesehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier hin. Das ist doch nicht schon der neue Ort, oder? Warte, warum dauert denn das so lange jetzt mal? Ist doch Wahnsinn. Das ist echt krass, hier wird die Ladezeiten. Okay. Irgendeine Wasserhöhle oder sowas? Die Schlachtweltwege. Schatz, ob wir mal ein Aussichtrakonrätsel finden. Jetzt hoffen wir erstmal auf, würde ich sagen. Geht's? Geht's? Ja. Ich glaube, ich bin noch, noch ne Etage süße runter. Geht was, mein Schatz? Ah, okay, haben wir schon. Weingott ist persönlich. Grab des Teures könnte doch nicht sein, oder? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haben denn die Rätsel? Sagen Sie mir, wo der Ort ist, wo ich das Rätsel gefunden habe? Muss man schauen. Mentar. Request, oder? Oh, mein Inventar. Sperrstunde sagt mir gar nichts. Reise ich vom Schlachtfeld im besetzten Wald von Tripodiskus nach Nordwesten? Ach, das steht eh dabei. Tripodiskus, okay. Tripodiskus im Nordwesten zum Altar. Das wird der hier sein. Wollen wir da nochmal hinschauen? Grab des Teures. Äh, Teroys. Schauen wir nochmal rein. Das ist zu viel, da sitze ich hier. Ich komme nur raus, um meinen Brecher nachzufüllen. Und sobald ich die Höhle verlassen habe, reise ich vom Schlachtfeld. Da sind wir gerade im besetzten Wald von Tripodiskus nach Nordwesten. Okay, also der trifft mich am Altar der Opfergaben zu Füßen des Weingottes persönlich. Okay, Nordwesten. Okay, Nordwesten. Okay, Nordwesten. Nordwesten sind wir hier. Hof. Kann vielleicht das noch sein. Ich werde jetzt aber mal schnell darüber gehen. Aber das Fragezeichen war ja vorher schon da. Also gehen wir mal da. Das war doch so ein Opferaltar, oder? Okay, also ich glaube, das sieht auch aus wie so ein Opferaltar. Ich glaube, das sieht aus wie so ein Opferaltar. Aber wann kommt der? Wahrscheinlich nur zu einer bestimmten Blutzeit, oder so. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt keinen Bock, dass ich ewig warten tue. Müssten wir uns mal merken. Also ich schaue mal mit dem Blut, vielleicht kommt da hier jemand. Oh, da vorne ist der Idiot schon wieder. Okay, den lassen wir mal nach oben. Und dann schauen wir zum nächsten Fragezeichen. Oh, ich bin genau da entlang, wo der ist. Mal hier ein bisschen... Das ist also das Gesicht des Krieges. Ganz anders, als es dir Geschichten erzählen. Also ich gehe hier außen lang, wegen dem Kopfgeldjäger, Leute. Kein Bock, dass der mich jetzt hier noch ein bisschen kriegt, oder so. Okay, der ist ja wieder für uns. Und da war die Höhle. Und hier wäre eben auch noch so ein Altar. Aber die meint, weiß ich nicht. Wenn ich nicht erwischt werde, habe ich ein Problem. Okay. Das ist die Tafel. Oh, da sind ganz schön viele, ey. Auf die Alpmodische. Da bestimmt nur ein Schatten. Das ist die Tafel. Ja! Ich habe mich nicht mehr so gesehen. Es ist da jemand. Na wohl doch. Huh? Wie lange liegt denn das schon? Ah! Okay, da werden das Ding auch geklärt. Und dann schauen wir doch mal. Hier wäre jetzt noch eine Quest. Und dann wäre das Gebiet so weit durch. Schauen wir doch da mal hin. Ja. Was ist denn da für einer? Wir sind neun. Können wir das schon machen? Was lassen wir denn? Könnte einer von Stentors Kundschaftern sein. Schauen wir mal, was der sagt. Oh, was ist denn da? Was ist hier passiert? Was kümmert dich das, Söldnerin? Hast du etwas damit zu tun? Ich weiß, was ich tue. Und ich bin eine Freundin. Was willst du damit sagen? Wenn das so wäre, wäre ich sicher schlau genug gewesen, die Beweise zu vernichten. Haha, verstehe. Wer das auch getan hat, war schamlos und dumm. Hier fällt so etwas doch sofort auf. Oder er wollte eine Botschaft senden. Stentor schickt mich. Ich bin hier, um zu helfen, wo ich kann. Stentor schickt dich? Megaris steht nicht unter Spartas Kontrolle. Noch nicht. Für mich ist es einfacher, mich in bestimmten Regionen zu bewegen, als für Spartiaten. Die Athener haben sich als widerstandsfähiger erwiesen, als wir dachten. Aber sie werden vor Sparta... Auf die Knie gehen, ja, ich kenne die großen Reden. Aber bis dieser glorreiche Tag kommt, sollten wir herausfinden, was hier passiert ist. Hast du eine Vermutung? Noch nicht. Aber bald. Ich sollte mich umsehen, um herauszufinden, was hier geschehen ist. Okay, was ist passiert? Das waren Berufssoldaten. Abgeschlachtet bis auf den letzten Mann. Das kann nicht das Werk von Banditen sein. Die Vorräte sind weg. Weit können sie aber nicht sein. Dann hätten sie die Karren nehmen müssen. Okay. Sieht aus, als wären sie in den Wald gegangen. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr finde. Sprich mit Dolios. Ich sollte zurück. Und, waren es die Athener? Ich habe Spuren von grünem Kristall gefunden. Dann also Banditen. In den Bergen gibt es zahllose Höhlen und seit Kriegsausbruch werden sie immer dreister. Nichts davon ergibt einen Sinn. Inwiefern? Es gibt keine Leichen. Zumindest keine der Angreifer. Athena hätten die Karren und ihre Toten mitgenommen. Banditen hätten die Leichen ihrer Freunde zurückgelassen. Wer war es dann? Ich bin nicht sicher. Wer immer das war, lief in den Wald. Deshalb werde ich dort anfangen. Ich finde den gestohlen Proviant und die Schuldigen. Der angefangen auf der Hauptstraße von Megaholstock. Die Falle stammen aus dem Südteil des besetzten Waldes. Da sind sie. Ja, wir rücken. Ich hätte noch Höhle oder so, oder? Ihr habt irgendwo Essen gekocht. Ah! Ah! Okay. Ist das ein privates Treffen? Oder kann jeder mitmachen? Was? Was willst du? Bitte! Bitte geh einfach! Also ich bin der Spur der getöteten Spartiaten und der gestohlenen Waren gefolgt. Bis zu euch. Und den Vorräten. Gut versteckt in einer Höhle. Wir nahmen nur das Essen. Wir haben keinem etwas getan! Bei uns zu drücken. Ich bin der Müll. Ich bin der Müll! Da ist die Müll! Ich bin der Müll! Ich bin der Müll! Du siehst... Ich bin der Müll! Bist du auf immer. Ich bin der Müll! Dann! Dann! Seite. Heute muss niemand sterben. Ich bringe die Vorräte zurück zu den Spartiaten. Aber dafür wirst du uns töten müssen. Seid nicht dumm. Nehmt euch Essen mit. Genug zum Überleben. Ich sage einfach, ihr wärt tot und mehr sei nicht übrig geblieben. Das wird sie zufriedenstellen. Aber wir brauchen alles. Was ist mit unseren Familien? Eure Familien hätten gar nichts von eurem Tod. Nehmt mein Angebot an und hört auf zu stehlen. Das nächste Mal werde nämlich nicht ich kommen. Ja, Söldnerin. Hab Dank. Wir sind gutmütig. Vereilung. Nehmt, was ihr tragen könnt und lauft. Schnell. Okay, dann gehen wir zum Dolios zurück. Müssen bloß aufpassen, weil eben... Zum Glück haben sie nicht versucht zu kämpfen. Ich bin heute nicht in Stimmung, hungernde Zivilisten zu töten. Ja, komm. Kannst ja nicht schneller gehen, oder was? Ja, ich weiß, dass es an mir ist. Wo sind wir? Okay. Okay, zimpen. Nehmen wir so weit weg. Passt. Boah, schaut das geil aus. Der Betrag sieht echt super aus. Heftig. So. Julius. Alter Schlingel. Der Helm ist ja ziemlich knapp dran mit mir. Ich werde mich mal ein bisschen verstecken. So. Okay, Leute. Dann schauen wir uns den Helm noch an und dann würde ich sagen, machen wir auch Feierabend für heute. Der Wolf von Spatamele. Nur die Gründekante in die Wand. Und wir haben hier schon Stufe 9. Sehr schön. Und wir haben hier schon Stufe 9. Sehr schön. So. Langsam wird's. Bögen zum Saufuttern. Da müssen wir auch mal verkaufen oder so, wenn es geht. Fürs Viertel haben wir noch nix, oder? Ne. Okay. Schiff. Verbessere den Rumpf, um mir Bootsleiter anzuhören. Rumpf ist das hier, oder? Rumpf. Was brauche ich denn da? 130 Holz bräuchte ich da. Da könnten wir mir Bootsleiter anheuern. Oh, mein. Ich brauche einen Haufen Holz, ey. Wenn ich hier so sehe. Aber wir könnten hier... Das machen wir jetzt noch nicht. Ich glaube, da warten wir noch ein bisschen, Leute. So, jetzt müssten wir eigentlich alles so weit hier auf der Karte auf dem Abschnitt verbessert haben. Außer natürlich Oritia, die Träumerin. Aber ich glaube, da warte ich noch, bis ich Stufe 10 bin, dass ich mir die kralle, weil die ist ganz schön krass, finde ich. Und das heißt, eigentlich könnten wir ins Kitorin-Vorgebirge vielleicht gehen. Ist auch ein kleines Gebiet. Tal der Könige, das ist auch ziemlich groß. Oh, das wird riesengroß hier alles. Online-Fehler? Ich bin nicht online, Leute. Das waren, glaube ich, die Fotodinger. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und... Warte mal, jetzt könnten wir eigentlich mal ganz kurz gucken. Wir speichern jetzt mal ab und schauen mal, wie viel Spielzeit wir schon haben. Jetzt warten wir fünf Stunden. Überschreiben wir mal. Acht Stunden Spielzeit schon, Leute. Und wir haben eigentlich erst... Hier waren wir eigentlich noch gar nicht. Hier waren wir nur kurz mal dran. Wir haben jetzt nur diese zwei kleinen Gebiete hier gemacht. Alter Schwede. Ich brauche jetzt 200 Stunden. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich ein bisschen Support da in Form vom Abo, einen Kommentar oder auch ein Like. Würde ich wirklich alles sehr, sehr freuen. Gut, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Euer Andi. Euer Andi.